Also lieber Langeweile als komplette Kacke. Und wenn die Person dann im Moment sagt, hey, du musst aber mittrinken. Was? Du rauchst nicht, du Schwein? Also man ist nicht komplett strunzdumm, weil man jetzt in der Gruppe zusammen Alkohol trinkt, aber... Schönen guten Tag, herzlich willkommen bei Bubbles, mein Name ist David und eine Frage hat uns via Telonym erreicht. Und zwar, was tut man eigentlich, wenn man kein Alkohol trinkt? Alle anderen um einen herum schon und ein ständig damit nerven. Coldmirror trinkt auch kein Alkohol und kennt dieses Problem sehr gut und hat uns davon erzählt. Katrin, wir trinken jetzt mal einen zusammen. Und das war ihre Art, irgendwie sich zu sozialisieren. Hier nimm noch einen kurzen, weißt du, und wir sind drei Meter gefahren, da hab ich schon wieder gekotzt. Meine beste Freundin Xenia aus Russland hat alleine eine Sprite oder eine Wodkaflasche gemischt und mir das angeboten. Wie kann man am besten damit umgehen? Ähm, sag einfach nein. So, jetzt hab ich aber irgendwie noch ein paar Fragen und zum Glück. Ist Coldmirror hier und hat im besten Fall Antworten. Hallo. Hi. Was glaubst du denn eigentlich, warum das mit diesem Alkohol generell so ein viel größeres Thema zu sein scheint, als jetzt beispielsweise rauchen oder kiffen? Also es kommt ja keiner und sagt, was, du rauchst nicht, du Schwein? Oder wir nehmen jetzt die Zigarette. Aber es kommt ständig vor, dass jemand sagt, komm, trink ein mit uns, Kaddi, ein. Was glaubst du, warum das gerade bei Alkohol so ein Thema ist? Dieser Satz, dieser, ach komm, nur ein. Ja, doch, das hab ich sehr oft gehört. Wie kommt es, dass es so normalisiert ist, dass man Alkohol trinkt? Auch schon so im Kindesalter irgendwie. Ich glaube, gerade auf dem Dorf ist es größer, dass du schon irgendwie als Kind anfängst, mal eben so mit Bier zu trinken oder so. Einfach, weil es so leicht zugänglich ist. Und ich glaube, dieses Rauchen hat noch mehr einen Status, auch bei Erwachsenen, als eine Sucht tatsächlich. Und auch Kiffen und sowas, das ist gar nicht so leicht zugänglich. Und Bier oder Alkohol an sich ist leicht zugänglich. Oma, Opa, Faddy, Mama machen es alle. Und da ist es eben so, na klar, es ist normal und ist auch nicht als Sucht registriert im Kopf des Trinkenden. Deswegen wird es auch dem Kind vielleicht angeboten oder andere Kinder, andere Jugendliche bieten dir das an, ohne sich klar zu sein, dass es eigentlich eine Droge ist. Du hast gerade gesagt, es ist normal, dass man trinkt. Und es ist tatsächlich ja eigentlich abnormal, wenn man so will, dass man nicht trinkt. Das hast du ja auch erzählt in deinem Video. Ja. Dass auch jemand zu dir gekommen ist und gesagt hat, komm, Cody, komm, wir trinken jetzt erst mal ein. So als Connection-Ding. Genau, weil sie dachte, so macht man Freunde. Und das ist dir ja wahrscheinlich nicht nur einmal passiert. Also ich kenne das auch, dass man sich irgendwo auf einer Party trifft und dann kommen wir und trinken mal ein und so. Was macht man dann, weil wenn du sagst, nee. Wenn ich die Person mag, dann sage ich, ich trinke nicht, aber wir können gerne uns zusammen unterhalten und was machen und sowas. Also anbieten diese Sozialisierung, aber deutlich machen, dass ich nichts trinken möchte. Und wenn die Person dann im Moment sagt, hey, du musst aber mittrinken, dann weiß ich, mit dieser Person möchte ich nichts zu tun haben. Dann kann ich mich auch davon entfernen. Also einfach irgendwie der Person zeigen, hey, wir können uns ja nett unterhalten und Party machen und sowas, ohne dass ich ein Glas dabei in der Hand habe. Toller Trick ist auch, dass man einfach schon eine halbe Bierflasche von irgendwem sich nimmt und dann den ganzen Abend damit rumläuft, aber gar nicht daraus trinkt. Falls man einfach keine Lust hat, das jedem zu erzählen, dass man so als kleine Schutzschild mit sich rumträgt. Aber jetzt muss ja noch nicht mal jemand dabei sein, der sagt, was du trinkst nicht mit mir, dann will ich auch nicht mit dir reden, sondern vielleicht reden die dann mit dir, du trinkst nicht und im Laufe der Zeit werden die dann immer betrunken. Und du aber nicht, was ja häufig auch ein Problem ist. Also ich zum Beispiel, ich trinke hin und wieder, manchmal öfter, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber wenn ich mal nüchtern bin bei irgendeiner Party oder bei irgendeiner Angelegenheit, wo viele Leute viel trinken, finde ich es super anstrengend, mit denen umzugehen und zu reden. Und wie erlebst du das? Also wie gehst du dann damit um, wenn um dich rum alle besoffen sind? Ich finde es auch sehr anstrengend und bei mir ist es tatsächlich so, dass ich die Leute dann alleine lasse oder dann irgendwann klar mache, ich hole mir jetzt ein Taxi, ne? Yo, schönen Abend noch, tschüss. Und dann mich auch entferne davon. Ich hatte das mal, dass ich dann auch eine Freundin einfach alleine gelassen habe, die dann sehr angetrunken war. Also im Nachhinein denke ich auch, das ist scheiß Verhalten von mir, aber ich hasse das und ich kann auch mit diesen Leuten da nicht umgehen, weil ich dann diese Empathie nicht mehr habe, weil es nicht mehr die Person ist, die ich vorher getroffen habe. Also für mich in meinem Kopf wandelt diese Person sich dann plötzlich um zu jemand völlig anderem und das ist dann nicht mehr meine Freundin oder mein Freund, sondern halt irgendwer Ekliges, der sich nicht mehr kontrollieren kann und da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Konntest du schon immer so konsequent sein und sagen, ich bin dann raus oder war es vielleicht so in Teenie-Jahren? Also wenn ich mich zurückerinnere, dann war es schon früher schwieriger, so in der Schulzeit, wenn man ja auch irgendwie dazugehören und wenn da eine Party ist, dann ist es schon irgendwie wichtig, dass man dabei ist. Und da sagt man jetzt nicht, ach ihr seid jetzt alle betrunken, ich hole mir ein Taxi, tschüss, ciao, um 21.15 Uhr, sondern vielleicht hängt man dann einfach noch länger rum, weil man muss irgendwie rumhängen. Wie hast du es damals gelöst? Ja, wenn man Glück hat, hat man coole Eltern gehabt, die einen dann abgeholt haben. Wenn man dann um Freunde rum war, die betrunken waren, das war sehr unangenehm. Aber leider war ich dann selber auch betrunken zu dem Zeitpunkt, weil ich noch nicht so den Mut hatte, Nein zu sagen. Und habe mich dann am nächsten Tag und auch den ganzen Abend über richtig mies gefühlt und mittlerweile bin ich erwachsen und weiß, dass ich einfach von Anfang an einfach Nein hätte sagen müssen. Und auch wenn es dann langweilig neben diesen betrunkenen Leuten sitzen wäre, das wäre tausendmal besser gewesen als völlig kaputt. Und scheiße, was hast du nur gemacht? Und oh Gott, du hast neben das Klo gekotzt. Wie peinlich. Und irgendwie, oh Gott, mit dem hast du geknutscht. Da hätte ich auch eine Kuh knutschen können. Also es entstehen zwar lustige Geschichten, aber für die Person selber könnte man, glaube ich, auf die Geschichten auch verzichten können irgendwie. Also lieber Langeweile als komplette Kacke. Ist meine Devise im Leben. Ich bin nicht gut, ich glaube, die merke ich mir. Jetzt hat ja unsere Fragestellerin oder Fragesteller, wir wissen es nicht genau, das Problem, dass anscheinend alle um sie herum Alkohol trinken. Und überall, wo sie ist, auf Partys, trinken immer alle Alkohol. Und wenn man, da kann man natürlich sagen, ja, du bist dann halt langweilig, aber immerhin nicht Kacke. Aber irgendwie scheint sie ja irgendwie in einem Umfeld zu sein, was von Alkohol ziemlich geprägt ist. Was kannst du der so als Message geben, dass es ihr besser geht, auch wenn sie kein Alkohol trinkt oder er? Also ich hätte mir damals gewünscht, dass es jemanden gegeben hätte, der mit mir keinen Alkohol trinkt. Und dann hätte ich nicht alleine langweilig da gesessen. Und ich glaube, sie kann dann dieses Vorbild sein. Vielleicht gibt es ja auch im Freundeskreis andere Leute, die eigentlich auch keinen Alkohol trinken wollen oder das irgendwie unangenehm finden. Und wenn sie dann da ist als leuchtender Stern am Himmel und sagt, nee, ich möchte nicht trinken. Und dann schließen sich vielleicht auch andere ihr an oder ihm. Und dann ist man nicht uncool, wenn man für sich selber sagt, das möchte ich nicht. Also warum, ich würde es uncool finden, wenn jemand irgendeine Scheiße mitmacht, nur um irgendwie zu einer Gruppe zu gehören. Also das ist das Uncoolste, was man machen kann. Dabei ist das was, was ständig irgendwie in der Schulzeit passiert, oder? Dass man macht ständig irgendwelche dummen Sachen, weil andere dumme Sachen tun und irgendwie hat man das Gefühl. Also man ist nicht komplett strunzdumm, weil man jetzt in einer Gruppe zusammen Alkohol trinkt. Aber man sollte sich vielleicht mal überlegen, will ich das wirklich, macht mir das wirklich Spaß? Oder mache ich das nur, weil ich dazugehören will? Und dann muss man sich vielleicht eine andere Gruppe suchen. Das ist auch nicht schlimm. Und vielleicht ist ja ein Problem dadurch, dass alle versuchen mitzumachen, aber vielleicht viele davon es nicht wollen. Sie voneinander auch nicht wissen, dass sie vielleicht was anderes wollen. Und vielleicht könnten sich ja kleine neue Gruppen bilden, in denen vielleicht gar kein Alkohol getrunken wird. War das bei dir so? Also hast du in deiner Schulzeit Leute gehabt, bei denen wusstest du, die trinken nichts, mit denen kann ich mich treffen? Ja, also ich war einmal auf einer Party, auf einer Silvesterparty, wo ein Tisch aufgestellt wurde und da wurde Alkohol rausgeholt und das war es. Das war die Party. Das war die langweiligste Party meines Lebens. Und später habe ich Leute kennengelernt, für die bedeutet Party. Wir spielen Mario Kart, wir machen Pizza zusammen und dann machen wir eine Nachtwanderung. Und das war die geilste Party meines Lebens. Und wir haben nichts getrunken, aber es hat so viel Spaß gemacht. Und ich liebe diese Leute und das sind bis heute meine Freunde. Also mit denen mache ich auch immer noch Silvesterpartys, weil ich einfach weiß, so möchte ich es haben. Also warum soll ich eine Party mit jemandem machen, wo ich dann keinen Spaß habe? Party bedeutet für mich Spaß. Okay, aber wie erkenne ich diese Leute? Also wie hast du auf einmal von denen mitbekommen? Es gibt sie. Es gibt Leute wie mich, die sich nicht volllaufen lassen. Mich hat irgendwann mal jemand eingeladen. Hey, wir können ja mal zusammen Silvester feiern oder wir können mal zusammen ins Kino gehen. Irgendwie sowas. Das war so, komm, wir feiern mal zusammen. Und dann wurde da auch irgendwie kein Alkohol getrunken. Also es gibt tatsächlich Leute, die haben keinen Alkohol bei sich zu Hause. Und dann haben wir uns getroffen, um zusammen Harry Potter im Kino zu gucken. Und danach haben wir uns immer wieder getroffen. Es waren einfach ganz normale, nette Abende ohne Alkohol. Und Leute, die Harry Potter mögen, können kein schlechter Menschen sein. Such Leute, die Harry Potter mögen. Fakt. Gut, also einfach Leute finden, die Harry Potter mögen. Die trinken dann automatisch auch kein Alkohol, sind cool. Und mit denen feiern wir dann gemeinsam. Ja, ausnahmeslos. Hashtag 100% true fact. Vielen Dank, Kaddi. Bitteschön. Und wenn ihr nochmal das Video sehen wollt, in dem Kaddi über ihre Erfahrungen mit kein Alkohol trinken spricht, dann guckt ihr euch dieses Video an. Und wenn ihr mal genau das Gegenteil sehen wollt, nämlich wie sich zwei Menschen so richtig ordentlich, so richtig aus dem Leben weg und so, dann guckt ihr dieses Video von die Frage. Tschö. Endlich, endlich saufen.